Ja dann, Holmund war noch das andere Auto. Ja, da bin ich gerade hin. Oder da will ich hin, sag mal so. Alter, jetzt war auf einmal... Weg. Ja! Denkst du, hä? Alter, das war der gelbe. Gelbe Scheißding. Denk mir sowieso, hä? Denk nicht immer so viel. Na dann, Blue. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Ey, ich hasse Twitch. Warum? Weil nicht schon wieder. Server Connection Fail. Was machst du, Blue? Warum fährst du nicht? Ja, ich versuche hier zu fahren. An der Stille. Äh, nicht die Wegmarkierung. Gut gemerkt. Die Wegmarkierung ist Schwachsinn. Okay. Gut gemerkt, er versucht's. Warte, ich mach mal die Wegmarkierung weg, bis du nicht durcheinanderkommst. Scheiß Twitch, ey, das ist... Ey, das ist mir schon so oft passiert bei Twitch, immer abends. Puff, Connection weg. Ne? Ich hoffe, dass die das bis zur Launch der Next Gen in Ordnung kriegen. Boah. Alter, wo ist denn die Karre, Alter? Die ist ja am Arsch der Welt. Und wieder. Ich will erst mal da hinkommen, irgendwie. Jetzt tötet er doch nebenbei jemand. Hehehe. Was kann ich dann hier? Dann hast du nochmal den Schnittlauf. Bullen am Arsch. Die haben sie ja schon. Ne, dann hast du noch mehr Bullen am Arsch. Ja, komm hoch, komm hoch, komm hoch, yeah! Wird mal ein Action Cam schalten. Ein Action Cam. Ey, die... Ich find die Kamera cool. Denk fest. Kann ich aussteigen? Auszeichnung, Vorgast, 500 RP. Das ist schon lang. Die geht nur ständig. Ja, und du kriegst einmal so einen ganzen Batzen. Na, ich war ja noch nicht so oft Vorgast, ich war ja meistens der Fahrer. Jupp. Und da kriegst du wiederum 200 RP. Hehehe. Ich war ja die ganze Zeit hier, aber ich krieg nichts. Ja, wenn du mit jemandem zusammenfährst, wenn du alleine fährst, gibt's das natürlich nicht. Das hast du aber nicht gesagt. Wenn ich sage Vorgast und fahren mit anderen Spielern, dann ist das wohl klar, dass das nicht alleine ist. Steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, Odin. Hahaha. Ich will aber einfach nur die Karre rumseiseln, der Übel. Ja, ne? Ich fahr ja quer durch die Prärie, dass ich irgendwann mal ankomm. Vielleicht. Ja, Blue auch gerade. Blue macht auch gerade... ...schönen Richtungen. Ich fahr ja einfach quer vor allen, ne? Scheißegal. Hauptsache ich komm mal irgendwann an. ... ... ... ... ... ... ... Du weißt, was er tut, oder? Weißt du, was du tust? Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Der funktioniert aber gerade nicht anscheinend. ... 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 ja auch schon da oben geht das hier noch höhere noch aber ich habe eine idee vom flug haben das links von der sollte das ding wird das ding ja nicht ab ich will den fahrrad knallen links von uns ist der flug das willst du auf dem flughafen machen ich würde einen flug haben wenn helio vom heli aus dem fahrrad knallen dann haben wir das auto meine ahnung wie das mal hier was machen willst aber nee das geht doch nicht wo ist denn der wo ist denn die karre alter muss ja bald mal ankommen hier du schlag mich gerade übelst alter war hier irgendwie auf zwei rädern gerade ich fahr überall lang nicht da wo ich lang will oder lang soll er gesagt die karre überflügt sich hier 50.000 mal das denke ich mir auch er ist am arsch der welt ja da will ich ja gerade hin vor allem aber ich gucke mal richtig auf die karte ach die scheiße da kommt aber uns entgegen farbel weiter die straße blumen genau jetzt fährt er ins wasser was macht er denn so glaube ich gerade ein felsen runtergefallen oder so ich glaube ich bin jetzt beim beim flugfeld und jetzt rechts der steht da rum der markierung ist jetzt das steht da gut clever ich fahr immer geradeaus luftlinie kann man so sagen aua der karl kommt nicht näher das gibt es doch nicht ich sehe nur kakteen gerade ich glaube da hat die karre geschrödet ich habe da irgendwie so ein gefühl weil der dort die ganze zeit rum steht ja was denkst du wie meine karre aussieht ich meine ich da die ganze zeit querfeldein fahr ich fahr ja praktisch nur geradeaus das hat ja nichts mit der karre zu tun ich denke mal der hat die karre geschrödet weil die jetzt bloß an einer stelle steht alter was machst du rückwärts fahren alter die karre ne der steht nicht der bewegt sich also bei mir bewegt er sich der steht doch an einer stelle straße ach du sauer da fährt er doch ach dann fährt er im kreis da fährt er im kreis rückwärts doch nach oben, ey. Halt die Karre, ey. Ja, hat ihn! Yeah! Diesmal fährst du. Oh, diesmal haben wir gar nicht so große Schaden. Nö. Oh, doch, meiner schon! Ach, da ist das, warum? Du hast doch gar nicht die Karre. Die Karre, die ist doch egal. Woah, ein Zug! Woah! Alter! Guck mal! Kam mir gerade der Zug entgegen! Mal so ein U-Bill fahren wir auf Schienen. Ach, die Sau! Nein, kein Zug! Das war jetzt... Alter, oh, schade. Geht nicht, es ist ein Zweisatz. Und? Obendrauf! Es geht! Hilft die Autos zum Autohaus zu liefern. Das steht hier. Wieso habe ich jetzt einen Stern? Ich habe gar nicht gemacht. Nein, das mache ich jetzt, Junkelgeil nicht. Ich hau ab. Ich weiß nicht, gar nicht ist gestorben. Geht aber schnell. Ich habe gar nicht gemacht, Alter! Wie kam mir ein Zug entgegen? Das ist ein grüner Punkt. Musst du da hin? Äh, ja. Denk schon. Ha! Aua! Ja, wenn ihr da rumgeigelt... Ja, geigelt doch nicht rum. Wir haben das Auto... Wenn ihr rumgeigelt, geigel ich auch rum. So, wir töten, töten, töten. Hä? Wo geigeln wir denn rum? Wir haben die Karre geholt. Ne, geigelt rum, sage ich doch. Du geigelst rum! Ne, ihr geigelt rum, ihr geigelt mit dem Auto rum. Wir haben alle beide Körn geholt. Wir müssen ja von der Bullen erstmal entkommen, du Nase. Ihr geigelt mit dem Auto rum. Wir müssen erstmal mit dem Bullen entkommen. Vor der Bullen entkommen, Mensch. Ja, und vor allem mussten wir erstmal die Straße finden. Alter, mich lag gerade einer gekillt. Der hat mich voll umgeblietet. Ich bin tot. Komplett tot. Ich habe kein Leben mehr. Das Problem ist, wir müssen jetzt noch auf Crazy warten. Nö. Ich bin tot. Er schaut jetzt uns zu. Er hat kein Leben mehr. Und die Karre, genau diese Karre hab ich verfolgt. Das ist genau die Karre. Sieht aus wie eine Corvette oder so. Ja. Das ist die, die ich hatte. Die vor mir war und auf einmal, puff, weg. Ja. Puff. Plupp. Weggepufft. Aber du weißt schon, dass du jetzt zum Arsch der Welt musst. Du musst runter zum Flughafen, glaube ich. Nö, zum Autohaus. Das ist ja da unten. In der Nähe. Meinst du nur, deswegen breche ich jetzt die Mission ab? Nö. Ja, aber wie ist die jetzt schon? Muss ich rein? Muss ich weiter hin? Ich fahr ja schon. Wie ein Blöder. Ja, du musst, du musst ja nur den Highway immer geradeaus. Du musst, du musst nur geradeaus fahren. Du musst jetzt immer, ja, geradeaus. Ja. Aber wirklich geradeaus. Nicht ab, nicht links, nicht rechts. Es kommt auch keine Kurve, es kommt auch keine weitere Kurve, wenn du es nach fünft immer wieder holst. Ich dachte jetzt ja nur. Ich hab doch ein gelbes Strich, ich seh doch wo ichs lecken wollen muss. Du hast ja auch, du hast ja auch ein gelbes Arsch. Gelbes Auto. Ja. Gelbes Auto, gelbes Strich. Kurz wechsel doch mal die Kamera, Alter. Gibt's doch nicht. Das war jetzt eine der längsten Autobesorgungsmissionen, die ich je gemacht hab. Auf den HIGH, We� to hell. Fuck. Hehehe. Vielen Dank.